Die Energiebranche verändert sich rasant. Dezentralisierung, Digitalisierung und Dekarbonisierung verlangen nach neuen Geschäftsmodellen und flexiblen Lösungen. Seit 2013 arbeiten wir von Royal Direct als hundertprozentige Tochter der A1 Telekom Austria AG an intelligenten Vernetzungslösungen für dezentrale elektrische Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen. Dabei vernetzen wir mit Hilfe unserer Internet of Things Plattform und unserer selbstentwickelten Hardware Grid Control unterschiedliche Anlagen kosteneffizient zu einem virtuellen Kraftwerk. Die so verbundenen Anlagen senden Messdaten an unsere zentrale Plattform und werden dort optimiert geschalten. Das erzeugte Flexibilitätspotenzial stellen wir in weiterer Folge über unsere Softwarelösung den Energieversorgern oder Netzbetreibern zur Verfügung. Unsere intelligenten Algorithmen sorgen für ein reibungsfreies Zusammenspiel von allen technischen Anlagen. Die Software kümmert sich dabei um die Steuerung und Optimierung, das Monitoring und Alerting, sowie die Abrechnung und bietet Schnittstellen wie etwa zu Börsen und Wetterdaten. Viele unserer Kunden nutzen die Lösung als gehosteten Service, bei dem alle Daten in Hochsicherheitsrechenzentren liegen und keine Investitionskosten für IT-Infrastruktur anfallen. Unternehmen aus dem Energiesektor nutzen die entstehende Flexibilität, um neue Geschäftsmodelle für Endkunden aufzubauen. Dazu gehören zeitflexible Energietarife zur erhöhten Kundenbindung oder die Steuerung von regionalen Microgrids aus Wärme- und elektrischen Netzen. Zusätzlich erwirtschaften Energieversorger mit dem Potenzial Zusatzerlöse an unterschiedlichen Märkten, wie zum Beispiel Intraday oder dem Regelenergie-Markt. Gerne möchten wir Sie einladen, neue Wege zu beschreiten und mit uns gemeinsam in eine erfolgreiche Energiezukunft zu gehen.